So, dann lasst uns mal losgehen in diese Armada von Polizisten am besten noch rein. Ich seh's schon kommen. Ähm... WAH! Es hat funktioniert. Gut. Ja, 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 ja. Oh, okay, es geht ja doch. Bitte greif. Danke. Ähm... Rutsch runter. Sehr schön. Ähm... Okay. Danke. Und... Sehr schön. Wir sind unten angekommen. So, geht's lang? Geht's lang? Wo geht's lang? Schleusackgöße. Auch nicht. Dann geht's wohl hier lang. In den Bereichen drei und vier müsste es einen Weg auf die Überführung geben. Das ist gut zu wissen. Ist nur noch die Frage, wie wir da am besten hinkommen. So. Dann halten wir uns mal geschwind hier fest. Ja, ja, gut, du mal. Halt dich da fest. Höp. Und rauf da. Was? Noch mehr? Kann ja nicht wahr sein. Ist das überhaupt richtig, wo ich hier bin? Das war jetzt eindeutig falsch. Und... Noch einmal hoch. Sehr schön. Ähm... Genau. Saar muss ich da kommen. Ja. Ich sehe sie schon. Das Feuer auf mich. Eröffnen. Ja, ist schon. Pstststst. Ah, zu ruhig. Ah, zu ruhig. Ganscht. Ähm... Ja. Schüsst mal. Wie wichtiger ist das, dass es mich kriegt? Aber na gut. Lauf an Gleis 4 unter zur nächsten Zugangstrecke. In deiner Nähe müssen deine Kasse gehen, da solltest du wieder hoch auf die Dächer kommen. Äh. Okay. Schwierer Helikopter. Die Kasse ist genau da, wie du siehst. Nimm sie. Ja. Ganz ruhig, Junge. Nicht hetzen. Ich würde das wohl nicht mehr sagen. Bäm. Alles so rot. Waa. Okay, Ratte haut ab. Hat Angst vor uns. Sehr schön. Und noch ne Tür. Bäm. Okay. Roter Teppich, oder was? Nein, du da! Das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, ich auch noch genau das falsch. Okay. Schnell, Tür zu. Tür zu. Puh. Puh. The Eden Store. Aha! Jetzt weiß ich wieder, wo ich Eden gehört habe. The Eden Store. Geil. Geil. Heute ist nicht so alt. Fährt er eigentlich? Ähm. War er gerade kurzzeitig die Tür weg? Okay. Hier, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. The Eden Store. Ah, wat? Nein. Nein, 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 nein. Mensch. Uh, schönes Auto. The car of your dreams. Naja. Oh, auch noch Russisch. Wir sind ja hier richtig multilingual. The Eden Estate. Erst englisch, dann japanisch und jetzt noch russisch. Ah, die Fahrt dauert mir ganz, etwas zu lange. Hallo? Sicher, dass du gedrückt hast? Okay, du hast gedrückt. Weiter geht's. Ähm. Ja. Warum gerade? Hack. Ist aber auch egal. So, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo ein Köfferchen finden. Dann können wir ein Köfferchen ja vielleicht mitnehmen, wenn es noch auf dem Weg schliegt. Ähm. Scheint mir aber gerade nicht so. Bewegung, Bewegung! Äh. Das war gerade wohl echt schlecht von mir geteilt. Ich Idiot. Wer kann auch ran, dass da einfach mal irgendwelche Cops kommen? Gibt's ja nicht. Schweinerei. Bei denen kommt der Aufzug wohl extra schnell oder was? Nur bei mir nicht. Ganz ruhig, Mädchen. Und zack, rüber da! Sehr schön. Und da wird's auch gleich wieder rot, die Planke des Grauens. Und du hältst dich natürlich nicht fest, aber du hältst dich auf dem Boden irrsinnigerweise fest. Deshalb, warum? Wieso? Keine Ahnung. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein, dass du mir das mal sagst. Ja, und das war ein Kraftakt. Und hepp! Jawoll, Mädchen! Ja, ich krieg das mit dem Abrollen manchmal nicht hin. Hätt dich fest. Braav. Sooo, kannst du jeden Tag jetzt sein. So, ich hab hier wohl anscheinend erstmal meine Ruhe. Ähm, da geht's auch gleich weiter. Wollt schon voran, wo es weitergeht. Klettern wir mal die Regenrinne rauf. Ist ja irgendwie wie die Spinne. Itzi-Bitsi, wa? Ähm, ja. Ähm. Okay. Und hepp! Och, Mädchen. Einmal nur festhalten. Das hört sich gar nicht gut an. Das ist definitiv... Hey! Sollte du den Kapitol-Lehrtaste gedrückt? Na jude, ich muss wohl doch kämpfen. Ähm. Wir hätten jetzt bloß nicht... Rot! Danke, danke, danke. Wo bist du? Wo bist du? Arschloch. Penner. Es war zwar nicht meine Absicht, die beiden umzubringen. Ich hätte es auch locker geschafft. Wer die Wert hast, du irgendwie mal... auf meinen Befehl eingegangen. Oder das Spiel. Aber naja. Es hätte halt nicht kommen sollen. Ey, das ist doch nicht jetzt schon das dritte Mal, oder? Mensch, 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 Mensch. Was geht denn hier ab? So, halt dich da mal jetzt fest. Sag mal. Willst du mich wohl heute... Ne, da brauchst du dich jetzt auch nicht festhalten. Mach dich da ran. So. Zack. Ruf da. Ja, jetzt hältst du dich fest, wenn du das sollst. Nicht sollst. Hält dich doch mal da fest. Sag mal. Bist du mich irgendwie verarschen? Das ist schon das vierte Mal, dass ich da runterfallen bin. Aber ich muss doch da rüber. Oder wie soll ich sonst weiterkommen? So. So. Natürlich, ich muss da eindeutig rüber. Halt dich fest! Sag mal! Das ist doch bescheuert. Natürlich. Ich sehe das leichteste Mal wieder nicht. War Run. Boah. Toll, Alter. Ja, halt dich ruhig daran fest, so wie war die nämlich auch gerade geplant. So. Sind wir doch noch drüben. Auf den Dächeln gehen Kopf in Stellung. Du musst wohl gegen sie kämpfen. Die Frage ist nur, bleibt mir nicht irgendwas anderes übrig? Ist irgendwo ein Kofferchen? Ich habe ihn gerade gesehen. Schon habe ich ihn. Uh, ist ein Stacheldraht. Hep. Hep. Sack. Da ist Rot, da muss ich hin. Halt dich fest. Och, Mädchen.